so gut dann heißt das dass wir hier noch nicht waren oder heißt das nicht das heißt nur dass wir wieder rauskommen ja ich weiß nicht so ganz genau ist er hin da ist hallo jetzt habe ich halt auch den ganzen mob blut auf der mir das inventar vollstopft vielleicht auch gar nicht so geil so der kam hierher ne guck mal hier da ist noch dunkel da war ich gar nicht drin wieso war ich denn da nicht drin ich habe doch so verzweifelt gesucht nach redstone war überall dachte ich hier war ich scheinbar nicht wie kann das sein na ok na ok hier ist auch nicht mehr so viel ok 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 und sonst so läuft alles sinkt ihr auch genug bei der wärme sehr wichtig so hier ist aber arsch dunkel gerade hinsetzen okay hier sonst nichts mehr alles klar ich verwirrt wo kam ich denn jetzt ja okay da war ich gerade das heißt wir sind jetzt zurück ist aber auch noch dunkel das muss man auch noch ein bisschen weiter ausleuchten so das heißt wir haben jetzt auch alles abgegrast bis auf die kohle hier dann sind wir glaube ich wirklich durch hier genau genau das muss man trinken so wundervoll dann hier ist ja immer noch was wie komme ich denn jetzt hier wieder raus hier vielleicht ja genau hier sind wir jetzt wieder hier da sind wir die ganzen pferde warum auch immer die frage ist jetzt allerdings ob ich nicht vielleicht bevor ich die nächste hülle gehe doch noch mal ja ich glaube ich lieber ganz schnell nach hause und dann würde ich vielleicht doch auch mal ein bett schnappen warum habe ich eigentlich keins dabei ich habe doch eigentlich immer eins dabei im rucksack warte mal den ach ja genau ich habe ja den kluger weise den den wegweiser ganz da oben in gebaut damit man auch auf jeden fall die hoch muss heimat so dann können wir schon mal das erste eigentlich direkt in die schmiede schmeißen muss 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 kann das schon mal vor sich hin brutscheln ja vielleicht das eisen den rest packt dann hier mit wo weiß ja gar nicht so viel platz drin den rest pack ich hier in die truhe wollte ich gerade sagen warte mal ich weiß was ich mache ich weiß was ich mache einfach eine extra truhe wo ich den ganzen kram reinpackt jetzt fürs wer fürs schmelzen gedacht ist warum mache ich das so langsam die tue ich dann einfach mal wie tun wir die denn mal hin hier oben drüber guck da wunderbar das wird eingeschmolzen punkt ne warte warte stimmt gar nicht hier kopfer so nein dann die ganzen kram wieder rausholen das ist nicht das wird eingeschmolzen das wird eingeschmolzen das wird eingeschmolzen das wird eingeschmolzen das eisen können wir direkt rein ballern wir können auch hier wenn hier ah ja guck mal der pumpt schon ab sehr gut da habe ich gar nicht darauf geachtet habe ich das glück gehabt ähm kupferbox kupferbeeren genau den ganzen anderen rest schmeißen wir schnell drüber ins system rein können wir hier unten lang gehen das und das und das und das und das und das kommt das stimmt auch nicht das kommt auch oben hin das ist glaube ich auch taumcraft das kommt auch oben hin das ist auch taumkraft das kommt oben hin die kohle kommt da auf jeden fall rein äh cobblestone kannst du zurückschmolzen marble äh das ist die warte schlange voll eine windige rohgelentur gemacht und schon alles voll aber warte mal kann man schon aus dem rucksack wieder was rausholen tak 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 ähm jup warum geht das denn jetzt so langsam warum geht das denn jetzt gar nicht mehr ach jetzt okay ähm marble okay jetzt muss ich wieder rüber weil das hier zu langsam ich glaube wenn ich das gerade richtig die wir doch mit nach ne naja fast so da ist immer noch eisen drin das heißt wir basteln unseren anderen kram ist noch hier rein er war doch nicht die büsche die büsche brauche ich auch nicht hier dass da rein und das war's glaub ich zum einschmelzen gut dann gehen wir mal in unser traumkraft sag ich schon taumkraft zimmerchen kann auch gerade mal zu hause schlafen erstmal hier taumkraft ne solle keiner sagen dass hier nicht irgendwie aufgeräumt ist und 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 gut beschildert und so ähm das da rein das da rein das ist alles das ist auch taumkraft ne jup das packen wir auch hier rein gut dann schnell schlafen ich überlege gerade vielleicht gehen wir doch in die schatzinsel oder gehen wir in die andere höhle vielleicht schatzinsel vielleicht schatzinsel ich weiß es nicht ach ja aber wie war das so ne z so ähm genau die büsche kommen hier noch rein und die tertus quarze und das rotten flash kommt auch rein ansonsten ich glaube ich mach mal ich lass mal ein bisschen kohle hier und ich lass mal ein bisschen cobblestone hier weil sonst sind die stacks immer gleich voll und dann fängt der neuen stack an das ist ein bisschen nervig so jetzt gehen wir noch einmal kurz rüber denn eine sache habe ich vergessen die hitze was ist mit der hitze so genau das inferium kommt nämlich hier rein wir können eigentlich mal gucken wie viel wir wieder machen können hier wo wir gerade eh schon hier sind ich weiß ich mache jetzt alles andere als höhle gehen ja ist halt so war das nicht so ach war das war das nur so das wäre ja fantastisch eigentlich ja 16 ja tatsächlich guck mal und von prudentium können wir wieder 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ja genau 4 und davon haben wir jetzt ja immerhin ein superium wieder wir nähern uns doch genau so wunderbar achso ich wollte ein bett mitnehmen ne ähm ich nehme mal das von da hinten das hoffentlich noch da hinten steht eventuell ja dann würde ich sagen machen wir uns auf zu schatz in da haben wir jetzt auch einen schönen schnellreise pfeil für ein wegweiser jetzt jetzt ging hier ne oh ist da wieder einer fertig ne ach schade so dann auf zur schatz insel inklern Warte mal bei der schatz insel steht ein bett drin ja ich wusste doch es ist immer sowas äh ok wir haben auch wieder wir haben auch wieder ein bisschen hunger Dann nehmen wir noch, äh, wir nehmen mal so einen, ja, oh, Beatburger. Schön, drohte Beete. Lecker, lecker. Drum, drum, drum. Oh, komm, hau rein. Junge, iss doch mal jetzt. Endlich. Okay, gut, dann müssen wir mal gucken, wo ging's denn hier in die Höhle rein. Nein, ich meine hier vorne irgendwo. Aber wo genau? Ah, hier, glaub ich, ne? Bin ich zu hoch? Kann das sein? Ja. Hier geht's rein. Puh, sind hier so viele Pilze gewachsen, oder waren die schon immer da? Äh, wo ging's denn hier nach unten weiter? Oh Gott, ist es schon lang her, wie ich hier war. Äh, okay, ich hab gar nicht hier alles mit... Warum hab ich denn hier nicht alles mitgenommen? War ich aber sehr schludrig. Guck mal, da sind noch ganz viele Sachen. Die sind ja noch ganz viele Sachen. Hm. Ich dachte, ich hätte hier schon alles mitgenommen, bis zu einem gewissen Level. Aber scheinbar... Ist dies nicht der Fall. Umso besser. Ähm, wo geht's hier weiter runter? Hier sieht's doch aus, als würd's... Ja, guck, was ist das denn? Stone? Warum ist der so schwarz? Warum ist der jetzt nicht mehr da? Hä? Was zur Hölle? Äh, okay. Okay. Na gut. Äh. Was? Warum? Hä? Ich hab'n hier gebastelt. Naja, egal. Ähm. Wir gehen jetzt mal weiter hier runter, würd' ich sagen. Ich glaub, ich hab' hier mal wie wild nach irgendwas gesucht. Was war das denn? Zinn war's nicht. Es war... Aluminium vielleicht auch. Kann das sein? Deswegen hab' ich, glaub' ich, alles andere stehen lassen, aber... Sicher bin ich mir da nicht. Ähm. Toll. Irgendwo ist ne Hexe. Ja, hier dran erinnere ich mich sogar. Da hab' ich aber wirklich alles mitgenommen, soweit ich weiß. Da oben war so ein kleines Schatzkämmerchen. Ein Raum. Gab's noch einiges zu holen. Da guck' ich so mal grad nur mal rein. Interesse halber. Ne, hier ist wirklich alles mitgenommen dann. Hier hab' ich wirklich alles mitgenommen. Hm. Komisch. So, inkonsequent. Das kennt man ja gar nicht von mir. So, da kam ich her. Ja, hier kam ich. Was ist das denn hier immer? Hä? Das ist komisch. Das ist echt komisch. Ja, hier ging's den Wasserfall runter und unten ging's, glaub' ich, noch mal weiter. Ja, 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 ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich glaube, da oben ist schon wieder so ein... Komisch. Irgendwie ist der Shader kaputt oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ähm, genau. Ich glaube, hier ging's nämlich hoch und da war ich... Also hier hab' ich auf jeden Fall noch was gelassen. Das sieht man ja. Das sieht man ja. Ähm, Entschuldigung. Ähm, genau. Aber die Frage ist... Ja, doch, hier hab' ich jede Menge sogar drin gelassen. Oh, Zertesquartz. Oh, Gott sei Dank. Zum Glück hab' ich mir die Zertesquartz aufgehoben. Das ist fantastisch. Und hier ist ein... Ah ja, da ist ein, äh, Kollege. Und da ist auch die Hexe. Hallo, Hexe. Boah. Äh, warum sind die hier gespawnt? Hier ist doch gar nicht dunkel. Oh, guck mal, die hat Redstone bei sich gehabt. Das heißt, hier irgendwo ist ein dunkler Gang? Jetzt hab' ich meinen Bogen nicht gespawnt. Ei, ei, ei. Entschuldigung, ich mein' natürlich Armbrust. Wow. Aha, ist ja interessant. Oh, das sind XP-Bären. Ich wollte mir angewöhnen, immer erstmal mein... ...Armbrust zu spannen, bevor ich... ...weitergehe. Okay, pass auf, dann machen wir mal folgendes. Dann räumen wir jetzt ab hier. ...mal alles ab. Was wir finden. Und gehen zurück. Ja. Genauso mach' ich das. Genauso voll kontrolliert. Scheiße. Alter. Nicht denn für den Anfänger? Ach so, ja, ich hab' lange nicht gespielt. Hm. Wo? Wo? Wir? Oh, mein... Puh! Alex? Hi! Jetzt habe ich echt Schiss, ne? Jetzt habe ich gerade echt Schiss. Eieiei. Geh, da muss ich nochmal von oben, dann, da muss ich nochmal von oben dran. Ähm, es ist immer noch so dunkel hier, man muss erstmal ein bisschen ausleuchten. Sonst passiert hier doch noch was. Das will ja keine. Ähm. Oh. Oh, 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 oh. Äh, wir packen mal wieder was in den Rucksack hinein. Oh, ich habe auch eine leere Flasche. Geil, die brauche ich unbedingt. Was ist das hier? Red Crystal Shard. Aha, aha, aha. Ähm. Ich habe von nichts wirklich viel, ne? Nur jede Menge Cups eingesammelt. Na gut, packen wir mal. Packen wir mal das rein, was ich vielleicht noch öfter finden werde. Ähm. Ähm. Äh, so, 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 so. Äh, genau. Gut. Dann haben wir das doch, ähm, souverän, möchte ich sagen, gemeistert diese Situation. Genauso, wie es ein Profi-Gamer tun würde. Ähm. Ähm. Hier fängt es doch direkt an mit, 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 mit unentdeckten Ecken. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das macht doch, ich muss sagen, man macht doch mehr Spaß, als irgendwie die vor ausgeleuchtete Höhle, äh, zu durchlaufen. Ja, es ist doch viel, viel spannender. So, warte mal, dachte er, da komme ich ja nicht hin. Das war auch, dann von oben müsste ich da nochmal ran. Ähm, da müsste ich vielleicht von unten ran. Aber jetzt nehme ich hier erstmal die XP-Bären mit. Die ich gar nicht mehr mitnehmen kann. Och Gott, Leute, was ist denn hier los? Äh. Äh. Zinn. Iron. Es gibt einfach zu viel Zeug. Es gibt einfach viel zu viel Zeug. Ganz ehrlich, viel zu viel. Äh, ich packe jetzt auch mal die anderen Sachen rein. Hier, das da, pack mal rein. Äh. Concentrate. Oh, warte mal. Taste like Creeper. Die können wir, glaube ich, essen. Ähm. Dann machen wir das doch so. Gucken wir auch mal. Hallo, Batoxo. Es freut mich, dass du da bist. Ähm. Und zuguckst. Gerne im Hintergrund. Ich laufe gerne im Hintergrund. Ähm. Ein Whitelist-Gespräch auf einem GTA-RP-Server haben. Okay. Das klingt, äh, spannend. Glaub ich. Ähm. So, hier ist noch jede Menge, jede Menge Kohle. Na sowas. Und was haben wir denn hier? Silber. Oh Gott, ich glaube, ich muss bald wieder heim, ne? Das ist ja schon wieder alles voll wahrscheinlich gleich. Eieieieiei. Einen Redstone habe ich immer noch nicht gefunden. Einen Redstone habe ich immer noch nicht gefunden. Habe ich nur ein bisschen was von der Hexe bekommen. Gut, ich bin auch noch nicht wirklich weit unten. Ah, ich möchte mich jetzt nicht über meine Ausbeute beklagen. Das kann ich nicht. Das darf ich nicht. Da oben ist noch was. Guck mal. Das kann ich nicht und will ich nicht. Ähm, genau. Hier haben wir noch Kohle. Ah, ja. Okay, okay. Cool. Heute Abend schon gestreamt oder wann? Dann halte ich mich mal bereit. Haha. Ähm, so. Wo wir hier gerade so eine Sackgasse haben, würde ich sagen. Schmeißen wir noch mal den ganzen Kappes weg. Die Zombie-Head. Komm, das Rotten Flash tue ich auch weg. Limestone tue ich weg. Cobblestone tue ich weg. Undersit tue ich weg. Äh, die Glasflasche tue ich weg. Die Knochen tue ich weg. Alles muss raus. Alles zum halben Preis. Hier, komm. Noch was. Ne, leider nicht. Oh, wir haben schon... Ach, wow. Wir haben schon ein Lidoor gefunden. Wow. Wow, wow, wow. Äh, wo geht's denn hier raus? Da. Ähm, 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 ähm. Was haben wir hier eigentlich? Was haben wir hier eigentlich? Prosperity Ore. Jawoll. Das brauche ich. Das brauche ich tatsächlich. Das brauche ich tatsächlich. Guck mal, da ist noch mal... Das sieht man aber auch schlecht, ne? Wahrscheinlich habe ich schon tausend davon übersehen. diese komischen Bleikblöcke. Sieht man kaum, dass das irgendwie... was ist. Und nichts ist. Ui, geht's hier weit. Ui, 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 ui. Das hört ja gar nicht auf. Ui, 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 ui. So, doch jetzt. Jetzt hört's auf. Äh, warum komm ich hier nicht raus? So, hier ist noch was. Und da ist noch was. Und jetzt habe ich völlig die Orientierung verloren. Jupp, da nochmal ab. Dann wird es Zeit. An die Hydration zu denken. Äh, und weiter geht's. Äh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier haben wir, glaube ich, da... Genau, das ist das. Aber das kriegen wir nur von oben. Hier habe ich jetzt so ein Loch gegraben, dass ich nicht mehr hier drankomme, wenn ich das richtig sehe. Äh, wunderbar. Ja, ganz toll. Ähm, dann machen wir da hier mal zu. Warte mal, das ist noch nicht mal richtig. Dann machen wir hier zu. So. Und hier geht's auch weiter. Da kamen wir, glaube ich... Warte mal, wir sind doch hier irgendwo runtergefallen. Ne, wir kamen ja eigentlich von da oben. Dann... Guck ich doch mal... Ach komm, dann machen wir doch einfach so. Dann gehen wir doch einfach wieder da hoch. Huch. Gehen wir doch einfach erstmal wieder da hoch. Huch. Genau, hier war man nämlich ja eigentlich dabei, die Sachen abzubauen. Ähm... So. Das ist das. Das ist das. Ähm... Da haben wir da noch was. Ich bin jetzt sehr vorsichtig, dass ich nicht irgendwo runterfall, ne? Sehr, sehr vorsichtig. Silber. Aha, 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 aha. Ja, gut. Abbauen, abbauen, abbauen. Ähm... Da ist noch was. Ja, ist noch was. Und hier ist noch was. Jetzt müsste ich aber wirklich genug Kohle haben. Für immer ungefähr. Hätte ich nicht sagen sollen das, ne? Apropos Kohle. Ich habe keine Fackeln mehr. Dann mache ich mir noch mal ein paar Fackelis. Äh... So, da. Und wo ich gerade dabei bin. Können wir gerade noch mal aufräumen. Alles in den Rucksack, was reingeht. Zack, 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 zack. Jo, so langsam wird es schon wieder voll. Ähm, genau. Und dann... Nochmal in den Essensrucksack rein schauen. Und wir nehmen einen Rainbow Curry. Wir nehmen einen Rainbow Curry. Pfff... Pfff... Pfff...